Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Legends of Eisenbold So, wir gehen hier runter, der Straße entlang Tja, nee So, wir gehen hier runter, der Straße entlang Ich hätte jetzt nicht mit einem Kampf gerechnet, um ehrlich zu sein 99, das gefällt mir gut Das gefällt mir ausnehmend Boah, da hinten, schaut's euch an Nee, halt, sind zwei Zwei ist gut Ist nicht sehr schön, aber gut Warte mal, wir stellen uns mal hier hin Vielleicht bringt's ja was, ne? Ähm, ja, du bist noch nicht so gut, wie ich's gerne hätte Aber, du kannst schon mal Ja, was ich mit dir mach, weiß ich noch nicht Ich glaub, ich werd dich neben unseren Ritter stellen Vielleicht profitierst du ja davon Nee, du profitierst doch nicht davon Ähm, wir versuchen ihn trotzdem mal ein bisschen zu halten, ne? So, dich hätte ich gerne hier Mein Freund Danke Aua, das tut doch weh Das tut echt weh Wirklich So richtig So, ähm, ja, auf alle Fälle Und du Kannst du den da hinten schon ins Reich der Träume befördern? Dann mach das bitte Und Ähm, die hier, ne? Okay Dann wärst du Der Nächste Ja, du Weiß ich jetzt auch nicht Wer kommt als nächstes? Du Und dann? Da bist denn du Bist meiner, oder? Du bist der hier Äh, ne, der hat wahrscheinlich einen höheren Initiativewert Und dann kommt der Ne, dann Was darf ich? Geh mal einfach auf den So, hau den um Hm, ja, Verteidigung Ach, geht er ihm noch, ne? Ja, das war klar Hätte mir klar sein müssen Musst der noch mal hin? Was denn jetzt? Super Läuft ja hier hervorragend Echt, oder? Ja, ja Mach du So, dann hau Ach ja, den hier Hau den be- Ach, du kannst den noch nicht mal umhauen Was ist denn das? Moritz Ich hab gedacht, du bist besser drauf Aber So Wird das nix mit uns 137 Das brauchen wir doch schon wieder fürs Hm Da ist keine Heilkräuter Sammlung drin Keine Heilkräuter Sammlung Hm Super Jetzt will ich trotzdem mal auf meine Burg da schauen So Oh, können wir gleich wieder Lehns-Einkommen hier einfordern Ähm Den Bauernhof, den nehmen wir auch gleich mit Oh Aha Ähm Puh Das hatte ich jetzt so nicht erwartet Das Hatte ich jetzt Am besten Willen nicht so erwartet Ähm Puh Äh Ja, das ist doof Gelaufen, ne 22 Ja, hau den Ja, das ist jetzt total Doof gelaufen Ähm Puh Wie mach ich denn das jetzt Vor lauter Angst Ja, der ist sowieso tot, ne Dann liebe Unserem Freund hier ein Siegen Und du Ja, du kannst eigentlich Ja, aber du kannst Auch kaum, ne Das interessiert die gar nicht so richtig Hm Tja Fällde Fällde um So 111 Warum nicht Und den dazu Dann ist schon mal die rechte Flanke Aufgeräumt, ne Ja Ja, ja Mach du nur So Dann Ähm Ja, ich weiß Wahrscheinlich nicht so gut, aber Ich hab's gemacht Vielleicht hätte ich den hier, ne Vielleicht bin mir mal nicht sicher Zack Okay Nächster Streich So Du kannst ja Fast gar nichts Achso Du haust immer wieder zurück Das ist schlecht Ich glaube Diesmal haust er nicht zurück Und Wir Geben dir ein bisschen Siegen What now? Okay Ja, mach Boah Ist was tot Nein Ach Nein Ach Der hat gewartet Das sind ja gar nicht so doof Ach Das ist ja doof Ich hab doch den krieg ich noch Irgendwie Gerettet Ach Das ist ja doof Ich finde Das ist so toll Doof Ich bin jetzt echt Ein bisschen Angepisst Ein kleines bisschen Super Aber wir haben einiges Ich muss sagen Wir haben einiges Erbeutet So jetzt müssen wir natürlich Wieder durchkommen Das wird wieder übel So wir haben jetzt wieder sechs Ganz klar So jetzt Jetzt müssen wir wieder durch die Ihr wisst Das ist nicht ohne So Nein Halt Da ist einer Der Waldgeister Ich will mich nicht mit einem Ihr könntet doch mal Euch an dem An dem hier ein bisschen Gütlich tun Ja Und Oh Das sieht doch Wisst ihr was Wie viel Wie viel Moment Das schafft doch mein Ritter allein Oder Komm wir Wachen uns hier ran Kommt Das müssen wir ausnutzen Achso wir hatten vielleicht erst den hier Ähm Nein Bleib Achso Jetzt ist der letzte Mann auch noch gefallen Okay So dann Jetzt können wir uns Eigentlich hier durchwagen Ich weiß Auch noch nicht Weil halt Wir müssen uns Ein bisschen links halten wir uns Okay Es wird bald wieder ein Tag Es könnte Oh Die sind immer so schnell Man denkt immer Die kommen gleich Hinterher Es ist doch jetzt gleich Tag hier Was soll denn das Kommt Verschwindet Ihr Geister Obwohl Es sieht nicht schlecht Also wir kommen gut rund Gut Ich glaube das haben wir Wieder einmal Gerade so Gelöst Gut Dann Rüber Zur Kirche Schauen wir mal Was uns der Spaß kostet Na gut Wir haben jetzt Trotz aller Die Achso ich bin Hier vorbeigedüst Wir haben jetzt Trotz aller Dem Ein bisschen was Hier Das müssen wir mal schauen Kann wir das jetzt Gleich hier so Heilen Geht Wartet mal Meine Guten Ähm Wir schauen mal Was wir hier so Brauchen würden Du hättest Gerne Sowas Dann bitte Bitteschön Aber nicht dass du das Uns dann wegnimmst Ne Wenn du wieder fort bist Weil das gefällt mir Dann gar nicht So du willst gar nichts Ne Du willst auch nichts Oh da haben wir Na gut dann Verkaufen wir dann Ganz nur Mist Was rekrutieren wir Denn dann aber noch Das ist echt Weil Es scheint wirklich so Dass wir hier Keine Heilerin Rekrutieren können Und das ist Echt Schade Aber wir könnten aber Erstmal in die Kirche rüber Achso Warte mal Wir können zumindest Ein bisschen was Verkaufen Die Frage ist noch Ich mag es noch Gar nicht so richtig Verkaufen So wir gehen mal Zur Schmiede Ne wir gehen nicht Zur Schmiede Dann Dann Ist doch Moritz weg Oder Den will ich nicht Willkommen Den möchte ich Eigentlich behalten Erstmal ein bisschen Wir müssen ja Erstmal ein bisschen Aufleveln Hätte ich beinahe gesagt Ein bisschen Trainieren Unsere Mannen Trainieren Hier sind auf alle Fälle Hier ist nichts Hier Das wäre nochmal Interessant zu wissen Ob hier oben Ich gehe nochmal rauf Und schauen wir auf Und schauen mal zu der Burg Oder wartet mal Wir haben da da hinten Die Burg Jetzt Vielleicht Vielleicht wird sich dann Mit der Zeit Bekommen wird dort jemand Aber auf alle Fälle Keine Kräuterfrau Wir sehen uns gleich wieder Ich bin gerade in der Schmiede Des alten Otto Die habe ich mir noch Wieder zurückgeholt Und ich bin am überlegen Plus 3 Eine Kriegshacke Die nehmen wir uns Zack Dann haben wir die Initiative weg Und Minus 1 Initiative Aber dann ist der trotzdem Ein bisschen besser geschützt Und ein Helm wäre ja auch nicht Das schlechteste Sag ich Du hättest so einen Helm Ich gönne dir den mal Und du Du willst so einen Helm Dann gönne ich dir den Achso Ja du bist ja nicht immer dabei Das könnte übel enden Na gut Ich weiß noch nicht Was ich mit dem hier mache Weil ich weiß immer noch nicht Wen ich hier nehme Als nächstes Solange ich noch ein bisschen Gold in Reserve habe Sollte es mir Irgendwie Egal sein Ist man So Du nimmst Plus 5 Plus 4 Ist in Ordnung Zack Du Achso Plus 4 Plus 2 Ja von mir aus Kannst du eigentlich Achso Na dann Dann hat es sich ja gelohnt So Du Hier bitteschön Ne Das gebe ich lieber dir Dann bist du sehr schön geschützt Perfekt So dann haben wir das hier oben Und dann schauen wir mal zu der Burg hier rauf Oder zu dem Schloss Was ist denn das hier Ist das eine Ah eine Kirche Sehr schön Dann haben wir schon mal hier eine Kirche Und können uns Hier oben Bewegen Freier bewegen Ja 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 Jo Jo Wie lange brauchst du eigentlich Erfahrung 123 von 30 Jetzt bist du Messdiener Ne Und du wirst dann Wartet mal Ach dann wirst du es ja schon Ne Nö Ne 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 Dann nicht Was hast du Was habt ihr überhaupt anzubieten hier Naja Ja schon Aber Ich kann mir es Momentan nicht leisten Die St. Cordula Kirche Hier tun junge Hier tun Junge Frauen Bei den Reliquien Der heiligen Cordula Buße Je sie sich verheiraten Wobei einige ihrer Hochzeit Nicht erleben Gerade zur Weihnachtszeit Eine Nacht Auf kaltem Steinboden Mit einem Stück Ah ja Strick um den Hals Ist nicht eben Gesundheitsfördernd Stimmt Die Löcher im Heiligtum Weißen Meist Faustgrüße auf Hm Alles Nicht so schön Nicht so Schön Da sind Bauern wieder Die uns Sag mal Gegen Bauern Kommen wir doch wohl an Moment Nein Nein Äh Ja Ja Ich wollte aber eigentlich erst die anderen Wenn wir die Die Bauern haben So richtig Initiative Werden Denkt man gar nicht Die anderen waren ganz schön Angeschlagen Muss ich sagen So Äh ne Wir wollen aber den hier Okay Und dann gerne den Bogen Äh Armbruch schützen Zack So geht es Ach dann hätten wir vielleicht Gar nicht Zieh ich grad Super Danke Danke Silberne Waffe Jede silberne Waffe Jede silberne Waffe Kann uns natürlich Im Kampf Helfen Ne Das ist Fakt Weil wir ja gegen so Ne silberne Waffen Da können wir wahrscheinlich Dann auch gegen Untode Wir müssen jetzt irgendwie Waffen finden Wo wir gegen Untode Boah Ne Mein Freund Das wird nichts Äh Wo wir gegen Untode kämpfen Moment Das hatte ich jetzt nicht erwartet Das hatte ich jetzt beim besten Willen nicht erwartet Ich hatte jetzt viel erwartet Aber das habe ich nicht erwartet Ja das war es dann Ich habe nicht gespeichert Mist Ja das war doof Ich ziehe es hier ein Das ziehe ich durchaus ein Puh Ja Puh Batsch Fällt der Erste Batsch Fällt der 2 Ne Ähm 64 Ist ja Geht ja goh net Ne Der ist ja Tot Mhm Und so fallen sie Wie die Rauben Zack Zack Ähm Hier muss ich ein bisschen Ein Schild Aber das Das schafft Heinrich nun doch nicht Ne Der ist ja nun gut Heinrich Aber Das ist dann doch zu viel Das guten Zack Da fällt der Nächste Ähm Jetzt muss ich Gegend durch die Bauern Hier durchklopfen Au Das tut weh ne Ja das hat ein bisschen weh getan So in die Taverne dürfen wir hier nicht rein Übrigens Falls ihr es nicht wisst Obwohl die neutral ist Interessiert anscheinend keinen hier Halt Was haben wir denn hier Waaah Ne Nicht unbedingt So Naja Schon Schon Ich weiß Ich weiß ja nicht Ich weiß nicht wie lange wir Moritz dabei haben Das ist ja das doofe ne Was wenn ich jetzt hier dir plus eins Ne dann Auf der anderen Seite Hm 300 Ne Nicht unbedingt Nicht so unbedingt Obwohl ich es natürlich gerne machen würde Aber nicht unbedingt Nicht so direkt Ja Pff Keine Ahnung Die könnten wir wieder verkaufen Das machen wir auch Ja was ich Ich weiß ja nicht Gesignete Waffe brauche ich aber Für die Nachtkämpfe da Ne Da brauche ich das So Führt kein Weg dran vorbei So Hier weiter geht es eigentlich erstmal nicht mehr rauf Ne Hier sind Söldner Bogenschützen Grünufer Waren wir da schon mal in Grünufer Ja nicht Söldner Infanter Ach doch da waren wir schon Das ist Ja das ist das Ja die sind einfach zu stark Ne Die Jungs hier Die sind gut geschützt Das ist Hm Ne da kommen wir nicht weiter Dann müssen wir jetzt Vielleicht doch mal Zu den Ländereien Zu den Ländereien Moment Wollen wir es mal probieren Wollen wir es mal probieren Probieren wir es mal Ne Ich glaube das ist machbar Eindeutig Das ist auf alle Fälle machbar Irgendwas Müsste ja mal machbar sein Zack So Auf geht's Du hast jetzt den Hammer des Erbarmens Zack Und du Ja im Grunde ist egal Du wirst wahrscheinlich noch mal Eine auf die Mütze bekommen Ach ne Bist du nicht Dann hätten wir doch lieber den hier Oder Oder auch nicht So Dann fordern wir natürlich Wieder ein bisschen Tribut ein Und eine Bauerfrau 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 Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau Ne Aber Könnt ihr vergessen Hier Bauerfrau Mist Wird nix hier Was haben wir denn da unten Für Geisterhorden Wo seid ihr denn Ihr Geister drüben Ja Die will ich Halt Achso Wow Nervöse Puh Die sehen übel aus Eine wildere Hütte Was kommt denn Da ist der Graf Ne Boah Da können wir uns nicht dran wagen Ah Geh mal lieber zurück Die kämpfen Gegeneinander Oder Ne Weiß es nicht Was ist denn das Ein Hexenzirkel Ob der denn so richtig Das würde mich ja mal reizen Der Hexenzirkel Ah Irgendwie wird wieder was Ein Heidentempel So probieren wir es mal Ne Unser Glück Machen wir mal hier auf Und jetzt werden die Wahrscheinlich uns Ach ne Ich hätte den hinteren Nehmen sollen Wahnsinn Wahnsinn Jetzt werden die uns Wahrscheinlich So wie ich das einschätze Auf ihre Seite ziehen Und wir kämpfen dann Gegeneinander Oder so Verwirrung Äh Hm Heilung Was heißt denn eigentlich Wahnsinn Ein Gegner wird von Dämonen Das sind Verlierte Kontrolle Er verliert 54% seiner physischen Verteidigung Verbündet werden So Gegner Und Gegner zu Verbündeten Hm Schön Toll Klappt hervorragend Unheillicher Schutz Juhu Unheillicher Schutz Nochmal Zack Drauf Hm Hm Was denn jetzt Mit dir Wieso kannst Hä Traumhaft Traumhaft Magische Krankheit Verwirrung Ist ja ein Hexenzirkel Ne Du hast ja gar keine Chance Meines Erachtens Unheillicher Schutz Wie haben denn die Unheillichen Schutz Auf denen hier So viel unheillicher Schutz Kann der gar nicht haben Oder 22 Reicht nicht Mein Freund Bei dir ist recht Der ist auch Gegen uns Mein Was denn mit dir Wieso kannst Du eigentlich Hier nichts Verwirrt Okay Klappt hervorragend Der haut Der haut hier alles um Von mir Jo 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 Moritz Ich denke So ein Mönch Wie Moritz Da müsste doch dem Ganzen hier Einhalt gebieten Können Oder Boah Der kann ja Go nix Also Moritz Das war Kein Das war wirklich Nicht gut Zack Oh Das war Hast Habt ihr das gesehen? Wie viel der hier wegbekommen hat? Das ist fast schon Ein bisschen Traurig Wahahahaha Uhuhuhu Ahahahahaha Bin verwirrt Könnte das sein? Uhuhuhu Ahahahah Bin ich verwirrt? Magische Kann ja verwirrt Hm Klappt hier alles Super Obwohl So schlecht Hat sich unser Heinrich Gar nicht Kalten Das muss ich Mir mal sagen So Ich Ich gehe raus Was ist das denn Mist hier? Ich mag Mö Nervöse Wachen Das wäre was Kommt Die machen wir noch In der heutigen Folge Dann ist gut What? Seht Seht Heinrich Da drüben Bei den Drei Toten Bäumen Ein Einzelgrab Vermutlich Mit einem Reuel Rollerlosen Sünder Drin Ich sehe Go Nix Ach da Hm Wir haben aber keine Nägel Ich sag's nur so Musst du uns noch Achso ich hab gar keine Gesegnete Waffe Das macht aber gar nichts Wie es scheint Wir haben einen Gesegneten Speer Was haben wir denn Mal bekommen Wieso Wieso Ach wegen dem Wegen dem Grab Wahrscheinlich Ähm Ähm Moment Wieso hast du eigentlich Noch nicht deine Was ist eigentlich das hier Eine schwere Pike Die willst du aber nicht Aber du willst Einen Nachkampf Verteidigungs Bonus Den Gebe ich dir gerne Was willst du denn jetzt hier Silbernägel Ja die Wir müssen erst die Silbernägel Ne Holen Bringt einem Sünder Die letzte Ruhe Ja aber wir brauchen doch erst Oder Wir brauchen erst mal die Ihr versteht St. Cordula Wir gehen rauf Zu St. Cordula Kommen wir da drüber Jups So ja aber ihr braucht ja nicht mehr mit rauf Zu St. Cordula Ähm Nämlich ich sag Ciao Für heute Halt Der Konz Den wollen wir nicht in die Arme laufen Ciao 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 Äh Moment Jetzt bin ich ein bisschen verwehrt Wo ist denn Ach Wo ist Ne wo ist denn die Kirche Hier Ha Hat er gedacht Der kriegt uns Achso Wir haben gar keinen Achso Entschuldigt Was ist mit dir da draußen Und dann bist du dran Dann bist du dran Ähm Warte Die hier Die hier ist mir gefährlich Hm So Läuft es bei uns Zack Zack Immer Äh Den da hier Vielleicht Die hat ganz schön Eins auf die Mütze bekommen Aber was soll's Wumm Rein In Das Gebälk Äh Du Kannst du hier was Reiß Oh Der Moritz Mit dir ist doch nicht so viel Los wie ich gedacht hab Ich hab mir mehr von dir erhofft Sacks Frei heraus Zack Ähm Zack Ähm Ich hab gar nix mehr hier Ähm Ja ja So Dann Wir könnten Dir ein bisschen Schild geben So Du willst da hinten Wahrscheinlich Ja Das interessiert uns nicht viel Denn wir haben ein Schild dran Und 22 Ne Schön ist nicht Aber besser als nichts Zack Liegt er wieder Wär ja auch zu schön gewesen Jo Okay Damit aber jetzt Tatsächlich Ne Wirklich und wahrhaftig Schluss für heute Ich hab's mir schon gedacht Dass wir hier einen Aufstieg erhalten Das ist Toll Und das machen wir gleich Zack Da haben wir ihn Ciao Ciao Ciao